Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Darten. Es ist wieder angesagt, gestern war ja die Premier League und heute werfe ich auch wieder ein paar Darts. Schauen wir mal, ob ich mit der Verkleidung auch was treffe. Ich hab 37 Punkte am Anfang, ist schon mal nicht schlecht. 22 73 66 303 Rest 26 29 30 30 31 31 32 34 35 35 35 35 35 35 35 33 49 35 35 45 45 45 45 45 45 23 jetzt sind wir bei Rest 220 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 37 30 155 Rest 39 131, 116 Rest, der 1er musste ja wieder sein, 28, 88 Rest, probieren wir mal, Triple 20, ist die Einfall 20, 68 Rest, 68, 14, Doppel 7, also 14 Rest, no score, hier haben wir es nochmal, 7 Rest, 3, für Doppel 2, ja, da habe ich schon mal die Doppel 19, und dann brauchen wir Doppel 2, klar, Doppel 15, Doppel 2, Doppel 1, wie ich sie liebe, ja, das ist mit der Brille gar nicht so einfach, und mit so einer dicken Clowns Nase, Doppel 1, wie ich sie liebe, die Doppel 19, die Doppel 19, jetzt zugebaut, Doppel 19, Was auch daneben? Am Draht. Ja klar, der bammt ihn rein. Jo, ich glaub das wird noch ein bisschen länger dauern. Jetzt wär's knapp vorbei. Jetzt geht's doch nicht. Mit der Brille ist das gar nicht so einfach. Mit so einer dicken Clowns Nase. Aber irgendwann sollte man die Doppel 1 auch mal treffen. Da sind wir noch Doppel 1 zum Glück. Aber er will nicht rein. Er will nicht rein. Äh. Äh. 10 cm ist nichts an Daten. Äh, das war auch nicht drin. Doppel 1 wie ich's dir liebe. So. Schon wieder am Draht. Oder unten am Draht. Erstmal ist der Hand gefallen. Ja, und er ist drin. Gott sei Dank. Also das war mal ein. Karnevalsdaten. Also mit der Brille mit der dicken Nase. Das ist ein bisschen schwerer. Ich glaub ich sollte die einfach mal weglassen. Bis zum nächsten Mal. Euer Manuel. Ciao.